Schauen Sie sich das an. Ich verstehe diese Chinesen nicht. Wie können Sie nur Soldaten gegen uns schicken? Sie haben doch keine Chance. In den Jahren 1900 rief der Trommel klang Die Welt nach Peking 55 Tage lang Die Flammen luderten zum Himmel Und der Tod zog vor Ort seinen Gang Und er zog durch Peking 55 Tage lang Der Aufstand dunkler Mächte, den der Hass geboren hat Zog im Feuerschein der Nächte durch die große leere Stadt Und es ward der Trommel dröhnen Und es ward der Hörnerklang Zum Lied von Peking 55 Tage lang Es waren elf nationen die fest und ohne Rang Zusammen standen Und es ward der Trommel dröhnen Und es ward der Hörnerklang Zum Lied von Peking 55 Tage lang chromosomes Zum Lied von Peking 55 Tage lang Bis zum nächsten Mal.